Hallo, kann ich dich kurz stellen? Hallo, warte kurz. Verloren. Was war? Was gibt's? Was machst du hier in der Uni? Ich bin eigentlich wegen dem WLAN da. Die haben hier gratis WLAN. Also studierst du nicht? Nein, ich wollte studieren, aber ich will ein Kebabmann werden. Das ist schon mein großer Traum. Mein Vater ist ein Kebabmann, mein Onkel ist auch ein Kebabmann. Man kann ziemlich gut damit verdienen, habe ich gehört. Also das ist dein Traumberuf? Schon, ja.